Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. April. Brand in einer Birkenauer Scheune, die Darmstädter Innenstadt soll wieder sicherer werden und in Lampertheim stehen die Spargelwanderungen in den Startlöchern. Das und mehr heute im Podcast. In Birkenau im Kreis Bergstraße ist eine Scheune sowie ein angrenzendes Wohnhaus in Brand geraten. Zur Zeit des Ausbruchs des Brandes in der Kirchgasse befanden sich nach Aussage von Einsatzleiter Jan Hofmann noch zwei Bewohner im Gebäude. Einer musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Am Donnerstagmorgen war um kurz nach 2.30 Uhr zunächst eine Scheune auf der Rückseite des Wohnhauses in Brand geraten. Das Feuer griff anschließend auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über und breitete sich dort bis auf den ersten Stock aus. In Windeseile stand das Gebäude in Vollbrand. Da nicht auszuschließen war, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreifen könnte, wurden diese vorsorglich evakuiert. Die Bewohner kamen bei Freunden unter. Bei den Löscharbeiten kam es zu einer weithin sichtbaren großen Rauchentwicklung. Den Brandgeruch konnte man sogar in Weinheim wahrnehmen. Auch ein im Hof geparktes Auto wurde stark beschädigt. Bald startet die Spargelsaison. In Lampertheim gehen somit auch die ersten Spargelwanderungen los. Die Biedensand Bierbeuter haben ein eigens für die Spargelwanderung gebrautes Bier entwickelt. Das Mäzenbier ist das passende Bier zum Verzehr, eines der Lieblingsgemüse der Deutschen. Die Brauer Bernd Bayer und Jürgen Sassmann haben die Bierbeuter vor sieben Jahren ins Leben gerufen. Seitdem ist viel passiert, Corona bremste sie in ihrem Erfolg aus, die beiden haben sich dennoch bis zur Spargelwanderung vorgearbeitet. Im vergangenen Oktober boten die Bierbeuter zum ersten Mal Braukurse an. Mit einer so positiven Resonanz hätten die beiden am Anfang ihrer Bierreise nicht gerechnet. Bald bringen sie auch ihre eigene Homepage heraus. Jeden Sonntag versammelt sich eine kleine Gruppe von Reichsbürgern mit Flaggen am Darmstädter Waldrand in der Nähe des Bismarckturms. Dorthin war sie zu Jahresbeginn gewechselt, nachdem sie an ihrem vorherigen Treffpunkt in Mühltal auf Proteste der Bürger gestoßen waren. Nun können die Reichsbürger offenbar unbehelligt ihre Versammlungen abhalten. Begleitet werden sie stets lediglich von einer Polizeistreife, wie das Polizeipräsidium Südhessen bestätigt. So skurril die allwöchentlichen Versammlungen am Waldrand auch wirken mögen, harmlos sei die Gruppe deswegen nicht, sagt Oliver Gottwald, der die Reichsbürgerszene schon seit vielen Jahren beobachtet. Reichsbürger seien Staatsfeinde und Verfassungsfeinde und somit auch eine Gefahr für die Demokratie. Die Darmstädter Gruppe sei bislang zwar nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, dennoch sollte man sie im Auge behalten, empfiehlt Gottwald. Die Großgerauer Kreisklinik wird wieder einmal politisch heiß diskutiert. Im Kreistag hat die CDU die Klinik deutlich kriterisiert und gefordert, den jährlichen Zuschuss für sie auf drei Millionen Euro im Jahr deckeln, die kumulierten Zuschüsse auf zehn Millionen Euro begrenzen. Die rot-grün-rote Koalition und Landrat Thomas Will reagierten auf diesen Vorstoß mit Empörung. Sie betrachten in dem Vorhaben der Christdemokraten eine verklausulierte Schließungsaufforderung. Folgemann der CDU-Forderung werde die Klinik nicht mehr lange fortbestehen, sagte Lars Nitschke von den Grünen. Landrat Thomas Will betonte für die Klinik zu kämpfen, die einen guten Job mache. Zudem erneuerte er seinen Vorwurf an die CDU, feige zu sein. Vor zwei Wochen hat Darmstadt seinen Titel als sicherste Großstadt Hessens an Wiesbaden verloren. Daraufhin präsentierte Innenminister Roman Poseck-CDU nun eine Innenstadtoffensive für die Darmstädter City. Diese zielt darauf ab, die Kriminalität einzudämmen und das Sicherheitsempfinden der Bürger zu stärken. Die Stadt kündigte an, ein Zehn-Punkte-Plan zur Stärkung der Sicherheit in Darmstadt zu erarbeiten. Juwel darin soll ein Haus des Jugendrechts sein, das als Anlaufpunkt für Polizei, Jusitz und Jugendgerichtshilfe dient. Darmstadt sei die einzige Großstadt in Hessen ohne solch eine Einrichtung, betont Poseck. Diese Lücke wollen wir schließen. In Frankfurt sei die Jugendkriminalität anders als in Darmstadt auch aufgrund einer solchen Einrichtung gesunken. In einem Punkt werde es dagegen keine Neuerung geben. Eine Waffenverbotszone, die auch Gesprächsgegenstand gewesen sei, werde es für Darmstadt vorerst nicht geben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.onlaw.de.de. Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de.